Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Carsten von bestens.de. Heute geht es um eine Waschmaschine von der Firma Hoover. Ich möchte alle wichtigen Eigenschaften des Produkts aufzeigen und dir eventuell bei einer Kaufentscheidung weiterhelfen. Hey, bevor das Video richtig anfängt, möchte ich dich auf etwas Kleines aufmerksam machen. Wir haben uns zu diesem Produkt verschiedene Anbieter angesehen und einen Preisvergleich durchgeführt. Das heißt, du findest unten in der Videobeschreibung den aktuell besten Preis zu diesem Produkt. Dort kannst du dir den Preis gerne einmal genauer ansehen. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß bei dem Video. Lass uns einen Kommentar da, lass uns ein Like da oder auch ein Abo. Darüber würde ich mich freuen. Und jetzt viel Spaß. Die Hoover Agewash 300 ist eine Top-Laderwaschmaschine, die eine hervorragende Wahl für den modernen Haushalt ist. Die Maschine hat eine Kapazität von 8 kg und eine maximale Schleuderdrehzahl von 840 Umdrehungen pro Minute, was bedeutet, dass sie große Mengen an Wäsche effizient und gründlich waschen kann. Das Design dieser Waschmaschine ist modern und attraktiv mit einer eleganten weißen Oberfläche, die in jedes Zuhause passt. Die Maschine ist außerdem sehr benutzerfreundlich mit einem großen Bedienfeld und einfachen Bedienelementen, die eine schnelle und einfache Programmauswahl ermöglichen. Einer der größten Vorteile des Geräts ist seine Energieeffizienz. Die Maschine ist mit einer Energieeffizienzklasse A++++ ausgezeichnet, was bedeutet, dass sie besonders sparsam im Energieverbrauch ist. Dies ist besonders wichtig für Haushalte, die ihre Energiekosten reduzieren möchten. Das Modell verfügt auch über eine Reihe von innovativen Funktionen, die das Wascherlebnis verbessern. Zum Beispiel gibt es eine automatische Dosierungsfunktion, die dafür sorgt, dass nur die erforderliche Menge an Waschmittel verwendet wird und eine Startzeitvorwahlfunktion, mit der man das Waschprogramm zu einem Zeitpunkt starten kann, der am besten passt. Ein weiterer großer Vorteil des Produkts ist die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Die Maschine ist robust und stabil konstruiert und verfügt über eine lange Lebensdauer. Darüber hinaus ist sie sehr pflegeleicht und einfach zu reinigen, was bedeutet, dass man sich keine Sorgen machen muss, dass sie schnell kaputt geht oder man da viel Zeit verbringen muss, sie zu reinigen. Lasst uns doch gerne ein kostenloses Abo für weitere Videos da. Darüber würden wir uns sehr freuen. Ein weiteres Highlight der Waschmaschine ist ihr Schutzsystem für empfindliche Wäsche. Es verfügt über eine spezielle Schutzfunktion für empfindliche Stoffe wie Seide und Wolle, die dafür sorgt, dass diese Stoffe sanft und schonend gereinigt werden. Dies ist besonders wichtig für Menschen, die teure oder empfindliche Kleidung besitzen. Ein weiterer Pluspunkt des Geräts ist seine Leistung bei niedrigen Temperaturen. Es verfügt über eine spezielle Funktion für niedrige Temperaturen, die es ermöglicht, Kleidung bei diesen Temperaturen zu waschen, was Energie und Kosten spart. Außerdem schonend ist die Umwelt, da es den Energieverbrauch zusätzlich reduziert. Die Hoover Agewash 300 ist auch sehr leise, was besonders für Haushalte wichtig ist, indem man Wäsche während des Schlafens oder während des Arbeitens waschen möchte. Es verfügt über eine besonders leise Schleuderfunktion, die dafür sorgt, dass die Maschine besonders leise läuft. Zusammenfasst lässt sich sagen, dass diese Waschmaschine eine hervorragende Wahl für jeden Haushalt ist, die nach einer leistungsstarken, effizienten und langlebigen Waschmaschine sucht. Mit ihren innovativen Funktionen, ihrem Schutzsystem für empfindliche Wäsche, ihre Leistung bei niedrigen Temperaturen und ihrer Langlebigkeit und Zuverlässigkeit ist sie eine ausgezeichnete Wahl für jeden, der eine Waschmaschine kaufen möchte. Haben wir dein Interesse an solch einem Produkt geweckt? Dann schau einfach in die Videobeschreibung. Dort ist das hier vorgestellte Modell mit dem besten Preis verlinkt. Falls Fragen offen geblieben sind, dann schreib mir doch gerne in den Kommentaren. Ansonsten bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video. Dein Carsten von Bestens.